so liebe leute willkommen zum schocker montag das ist jetzt die andere seite sind schon wieder diese ich habe hier Oh. ja hier war ich ja schon hier haben wir schon alles der bereich kam mir im kampf 14 14 15 15 18 15 15 15 20 21 22 23 24 24 er hat weggeräumt muss ich das erst mal wieder finden munition was zum herrschirm von munition lam wär wär dort müssen wir erst mal oh ja Ich hasse diese Krabbelviehe. Mann, was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn? Das ist Musik. Ethan? Ethan? Erzähl keinen Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Ach du Scheiße. Aber ich kann mich nur an wen ich erinnern und der Rest ist einfach weg. Was soll ich denn das denn nehmen? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Ich stehe da nicht nur so rum. Tu etwas! Ich bin der Hilfe! Verdammt! Und nicht genug Platz im Inventar. Die haben... Was? Was? Was haben wir denn jetzt hier? Was ich wegschmeißen kann? Ich muss jetzt noch aufregen. Oh! Na los, mach auf hier! Ich bin der... Ich bin der Kleist. Ich bin der Kleist. Mhm. Bleib draußen! Verdammt! Lass es laufen! Äh... Oh... Ja. und jetzt auf der anderen seite durch die Oh, ja! das hat von heute die schreckschraube die strecke so Tilly! Tag Ben! Tschüss Tilly! 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 Diese ekligen Krabbelfiecher hier! Tilly! 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 Was ist denn hier? Ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt hier runter oder? Ich weiß nicht, soll ich hier runter oder? Ich weiß nicht, soll ich hier runter oder? Ich weiß nicht, soll ich hier runter oder? Alles klar. Wir müssen jetzt hier runter. Aber versucht es zu vermeiden. Ich weiß nicht, soll ich hier runter oder? Ich weiß nicht, soll ich hier runter oder? Sorry, das ist richtig cool. Lass mich im Ziel. Ob das so stabil ist. Lass mich im Ziel. Ich hab da immer noch nicht hier den Spüssel dafür. Ich hab gewonnen. Jetzt gehen wir jetzt mal wieder zum Wohnwagen. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo was übersehen oder so? Kommen wir jetzt hier vielleicht durch? Oh, lelelele, ich kriege hier noch möglich. Oh, ich hab's noch nicht hier weg. Oh, ich hab's noch nicht hier weg. Oh, ich hab's noch nicht hier weg. So, was haben wir hier an der Seite? Oh, ich hab's noch nicht hier weg. Oh, ich hab's noch nicht hier weg. Oh, ich hab's noch nicht hier weg. Was haben wir da nicht? 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 Bambis! Oh, der Miles! Wir nix zum Speichern? Was haben wir da nicht? Was haben wir da nicht? Oh Mann! Jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz! Soll ich den abgeben? Da ich das jetzt in Flamme habe, komme ich jetzt bestimmt an den anderen Zweck ran. Woah! Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.